Hallo Leute! Ihr werdet euch fragen, warum gibt es heute vier Videos? Das liegt ganz einfach daran, weil heute darf ich euch eine super 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 Nachricht übermitteln. Nämlich, ihr habt es in den anderen Videos vielleicht schon gehört, ab nächste Woche gibt es wieder Jungschar. Jungschar, wie soll das aussehen? Wir müssen die ein bisschen anders machen als sonst. Ihr müsst nämlich was dabei haben. Also, was sollt ihr dabei haben? Ihr braucht euren Mund- und Nasenschutz, das ist wichtig. Ihr braucht etwas zum Sitzen, also einen Sitzplatz, irgendein Hocker oder ein Sitzkissen oder sonstiges. Also wer sowas hat oder mitbringen kann, wäre cool. Dann braucht ihr Klamotten für draußen, also wir sind immer draußen zur Jungschar. Und wenn es nicht mega mäßig gewittert oder so, machen wir draußen Jungschar, sonst muss sie leider ausfallen. Und ihr braucht euch selber. Du musst dabei sein, das wäre cool. Und noch Freunde mitbringen, damit wir eine coole Jungschar-Stunde erleben können. Also, ich habe das ja alles abgelesen. Und ich schicke euch noch ein Foto von diesen beiden Dingen. Die hänge ich da hinten mit dran. Nämlich, was brauchst du für die Jungschar? Nämlich, genau. Und das geht nächste Woche los. Nächste Woche, am nächsten Freitag, 17 Uhr, am Danekristelgut. Treffen wir uns zur Jungschar und machen dort eine richtig coole Jungschar-Stunde wieder ganz neu. Darum, mit Jesus Christus, guttig voran. Oh yeah!